Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog, heute mal wieder aus meinem Sportkeller und nicht von irgendwo da draußen. Ich mache heute Sport hier mit Workout und mit Boxing und Seilhüpfen und so ein Käse. Also, bis nach dem Intro. Peo, peo, peo! Musik 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 Ich mache jetzt am Schluss nochmal Wandsitzen. Wandsitzen bedeutet hier im rechten Winkel die Beine gegen die Wand ohne eine Auflage und das muss man ein bisschen halten. Und das ist ganz schön schwierig mit der Zeit. Am Anfang geht es, aber das geht dann sehr schnell hier oben in die Oberschenkel. Das ist meine letzte Übung für heute. Ich sage an der Stelle Cheerio mit Sophie. Ich mache jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns im nächsten Sportvlog. Puh, bis dann. Musik 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 Musik